herzlich willkommen zurück zu let's play paper mario ja im letzten part haben wir endlich mal wieder unsere fahrt aufgenommen weiter nach bad glimmerisch denn wir haben nun endlich die zugbrücke runterfahren bekommen und ja jetzt sind wir wieder in unseren abteil es ist nacht also das heißt die meisten passagiere schlafen wahrscheinlich ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ob wir irgendeinen auftrag zu haben weil es kam jetzt dann fast eine woche kein paper mario partner hatte mehr grunde einmal war ich krankheit erkältet und die menschen auch nicht so die lust aufzunehmen und ein anderer grund war halt auch noch bezüglich eines minecraft servers den ich noch habe aber ganz genau habe ich darüber in minecraft geredet der part kommt auf jeden fall noch denke ich ja genau der part kommt noch sonst werde ich auch sehr wahrscheinlich in let's talk parts dann morgen darüber reden genau warum kein paper mario die woche kam sorry einfach dafür wir schauen jetzt einfach mal hier so ein bisschen herum hoch ich will durch eschen vermischen diese reise war wirklich ein cooler nur kulinerisches erlebnis der exter klasse das freut mich das freut mich hier meiner wohnung stinkt gerade nach verbrannten toast er hatte mein toaster falsch eingestellt und ja was kam daraus ein pech schwarzes tost war sehr sehr schön hier auf jeden fall eben gerade hatte mich hunger habe dachte mir mal ich einen toast derweil kann ich noch schnell die parts die minecraft parts die ich eben aufgenommen habe schon mal hochladen und bereits im toaster gegangen habe toaster eingemacht runtergedrückt bin wieder zurückgegangen und der toaster ist nicht in meiner sicht weiter und ist sowieso um die um die ecke und komisch und ja dementsprechend konnte ich das nicht sehen ob dann mein toaster fertig bin hingegangen pech schwarz musste erstmal alle fenster aufreißen weil hier auch ja es war vernebert hier eine wohnung dann sozusagen aber egal ja morgen kommen ja endlich in bad lehmerich an ich bin so froh solange es aufbleiben ist gefühlt körper ich werde jetzt schlafen gute nacht morgen ist es also schon soweit das freut mich aber sehr jemals astatina gut stati naja war ja ein geist haben wir gemerkt das haben wir ja gemerkt dann gehen wir mal zum lokführer ruhig noch mal mit einsprechen wir wollen hier schön gründlich sein morgen erreichen wir bad lehmerich und wie gefällt dir die reise mit glimmerleiner nun ich denke du hast gar nichts zu sagen dieser zug ist einfach und vergleichlich ja stimmt viel viel besser als die ziel mit denen ich war die schottinger sind zu alt und ich muss noch über ein jahr warten bis wir neue kriegen weil dann kriegen wir endlich neue über ein jahr noch warten egal so hier war ich ja jetzt auch schon dran genau dann gehen wir mal zum mittelwagen zum speisewagen so nennt sich der ja ich bin zwar keine experte unser koch ist sich unser koch ist sicher genial aber sein berühmtes Pilzmenü ist wirklich nicht so toll okay okay soll die nicht eher werbung machen dafür dass das Essen so lecker ist und nicht werbung dafür machen das ist nicht so lecker und so hat die Pilze für das abend dessen habe ich selbst in tulpen woche sammeln einer gut ich muss ehrlich sagen Pilze oder generell Pilze mag ich auch nicht also ich kann die junge lady da verstehen ob die wirklich essbar sind nicht ich will nicht probieren ich hasse Pilze so alten laden ist geschlossen der detektiv da müsste ja hier sein genau morgen komme ich endlich mal wieder nach hause und wie freue ich mich aber jetzt ist es schon spät und du hast morgen viel vor luigi vielleicht sollten wir langsam zu bett gehen theoretisch hier soll ich mich da einfach ins bett begeben ich will noch mit den anderen sprechen das muss sein guten abend morgen erwarten nicht wichtige geschäfte ich habe alle unterlagen nochmals überprüft bleibt nur noch morgen ausgiebig zu frühstücken natürlich auch für augen kosten ja 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 und die familie guten abend weißt du papa und mama sie haben gesagt sie kaufen mir eine modell eisenbahnen klammerig ich freue mich so oh modell eisenbahnen ist cool ich habe ja damit ich persönlich ja mein vater und ich haben eines haben jetzt mal so wir haben beide viel geld reingesteckt muss man auch weil unendlich teuer wirklich schrecklich ich wusste ja gar nicht dass bronsmut so verraten eisenbahnen ist bort glimmer ich werde ich meinen modell eisenbahnen kaufen zeige grüßbomber bronsmutter hat es mir erzählt du hast ihm gestern ein autogramm vom lokführer besorgt nicht wahr wir werden ihm auch etwas schenken worüber er sich sehr freuen wird ja es ist nicht immer so dass die geschenke die mit geld gemacht werden die besten sind guten ab mario danke dass du uns tippenbach geholfen hast die ist deine letzte nacht an bord und erhole dich ein wenig jo wir gehen jetzt zurück in unsere kabine wir haben mit allen gesprochen und dann werden wir einmal so richtig schön durchschlafen das haben wir dringend nötig oder mario was denkst du es ist ja schon später in die nacht bestimmt schon nur durch von daher werden wir uns einfach mal schlafen die ganzen kämpfe die waren auch ein bisschen anstrengend oder nicht mario also gut morgen sind wir endlich im bad glimmerig wir müssen das sterne unbedingt vor diesen typen finden wir sollten jetzt schlafen und geniegen kräfte für morgen zu sammeln bei ihm kurz die sterne weg oder kam jetzt nur so vor das ist jetzt gar nicht möchtest du für heute schlafen gehen ja das will ich tschüss also es ist frischer morgen dritter reisetag und wieder ein neuer tag und ein ganz besonders ruhiger und frischer tag noch dazu jährlich der energie wurde auch aufgefüllt sehr schön wir sind doch super ausgerüstet zu wien sollen wir jetzt gehen ja eine mail ist die wichtig nee sonst hätten wir sie automatisch geöffnet mail receiver aha big bump ok ja headset vorhin in minecraft auch schon tut 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 ich weiß immer noch nicht ob ihr das hört also äh leute ihr kriegt jetzt mal die aufgabe weil ich zu dumm dafür bin ich bin viel zu bescheuert dafür schaut mal bitte in die kommentare ob ihr dieses tut 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 hört eben bevor ich das angesprochen habe so ein tut 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 halt zum piepen halt ganz laut ganz ganz laut ich werde lauter als äh 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 bestimmt genauso laut wie meine stimme schreibt mal rein ob ihr es hört oder nicht das würde mich brennend interessieren ich bin ja zu scheiße dafür ich denke ja nie dran ok ähm gehen wir mal zum lokführer oder wo sollen wir ihn oder zum detektiv ja ja klappern jetzt nochmal jedes zimmer so ab denke ich mal bis wir mal das mal hiervon haben wo irgendwas passiert ist guten morgen mario jetzt heute nicht ein besonders ruhiger tag was an den scheinen klebt dreck alter ich glaube mal hier bin ich richtig was ist das denn geht hey es sind doch diese gestalten von gestern aus dem bonus keller die haben sich an den zu geengt was kann man da machen zuerst müssen wir prüfen wie es dem pfarrgästen geht ich halte hier die stellung mario kannst du nach dem pfarrgästen sehen ja meinetwegen dann schauen wir jetzt mal nach dem pfarrgästen wir hatten eh einen rundgang vor also von daher so schlimm hier fehlt auch immer noch ein zimmer ah sind hier überall keine schöne aussicht mehr das finde ich jetzt so unfair hier sei es wohl jemand wo sind denn die ist der fette da der fette jetzt nicht da ist dann wenn wir es in der kantine oder sind alle weg nummer vier war sowieso keiner nummer fünf ist mein zimmer und die haben sich wirklich alle in der kantine da versammelt im speisewagen wo sind sie das tot seit dem land besitzer den er ist nicht weg er hat doch dazu hier auch was ist hier voll es gibt nur noch ein zimmer wo sie sein können dieses hier okay jetzt wird es gruselig selbst der zugbegleiter ist weg können wir hier mal wieder rein ach da seid ihr haben wir schon gegen euch gekämpft ich glaube nein flo 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 das ist die sind in den zug eingedrungen ich weiß wir sie erst mal wieder raus ich nehme sicherheitshalber komponieren auf als wir gegen die kämpfe aber ich glaube kämpfen brauchen wir gegen die genau das erste das erste hallo wir haben den zugbegleiter schnell hilf ihn ja hier alter wie viele sind denn das das danke Mario danke für deine Hilfe als wir schliefen da kamen diese Dinger keine solche Angst sie sind wohl durch die Fenster im Gepäck waren eingedrungen sie haben noch immer viele vergessen jeweils aber die armen keine sorge wir haben jetzt den Supersprung und somit kommen wir auch da hoch wo ich damals geredet habe wie kommen wir denn da hoch Mario mach mal bitte ihn zu Bosch achso ich drücke natürlich die falschen Tasten da kann es ja nicht gehen so jetzt geht es doch schon besser und hier runter weiter geht es oh wir sind draußen ist das hier eine Treppe ich glaube ja ne doch äh hier wäre vielleicht Barton mal nicht schlecht ja geht doch und nochmal und hier nochmal alter wahrscheinlich gehen die gar nicht mehr weg dann gehe ich einfach mal hier weiter immer weiter gehen immer weiter gehen als wäre hier nix ich weiß ja was passiert jetzt auch auch ein gegner ach du heilige scheiße was ist das denn und nein dann sind die anderen ich habe ich komme ausgerüstet was ist das für ein furchtbares geschmeiß die maria das sind auch die anderen Hilfe Hilfe ahhh ahhh Flo Flo und jetzt kämpfen wir na klasse äh erstmal Taktik austauschen zu ich muss wissen was das ist im Vieh geiler Fluffy das sind die Fluffis die kleinen monster haben sich einfach zusammengetan maximal kp 50 anderskraft 5 verteidigung 1 sie greifen mit Tentaken an erledigt die Tentakel dann sinkt die verteidigung des körpers auf 0 dann kannst du dem körper leicht Schaden zufügen aber nur so lange bis sieben neue Tentake gewachsen sind anscheinend erhöht sich die anderskraft wenn die Fluffis ihre Formen verändern aber anstatt hier zu diskutieren sollten wir lieber die Passagiere befreien ouch das hat weh 5 angeschaut so 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 das heißt was machen wir würde gerne mal Brunnhilder rausnehmen wow dreimal kann er angreifen ist das unfair so du kommst nach vorne und äh nicht Brunnhilder sondern Barbara so heißt die die hat ja so ne coole Spezialattacke was macht Mario Mario macht den Sprung normalen Sprung genau jetzt müsste hoffentlich 3 Schaden oder 2 Schaden naja um ein einen Arm schon mal weg ist halt auch gut weil dann greift er dann greift er weniger an nein shit zweimal treffen lassen das ist gar nicht gut äh Feuerzauber drücke die angezeigten Klöpfe hinterher an a y x x x y ja sehr gut bei damit einmal besiegt und die letzte kann er können wir anreifen machen wir den Ultrasprung drücke Dingswort der Landung. Fünf Schaden. Ja, gut, okay. Vielleicht hätte es besser gehen können, aber ich weiß nicht. So, Schattenheep. Hoffentlich Feuer, Schaden. Komm, fang Feuer. Hat er Feuer? Nee, leider nicht. Da kann ich ja jetzt wirklich gar nicht mehr angreifen. Das finde ich super. Multisprung. Nee, nicht Multisprung. Machen wir mal Schrumpfer. Das macht sogar 6, Schaden. Wow. Ich glaube, dieser Untersprung... Irgendwie habe ich den falsch eingesetzt. Nein. Ich werde gleich nochmal... Hier diesen Feuerzauber einsetzen. Der ist eigentlich sehr, sehr gut. Okay. Ein Puhu. Der wollte ihn angreifen. Danke, aber... Hat nichts genützt. So, Feuerzauber. 6 BP kostet das allerdings. Oh, beinahe hätte ich das... Hätte ich beinahe am Ende auf Y gedrückt am Ende. Alter. So, aber damit sparen wir halt eine ganze Menge Zeit. Machen wir mal die Stampfer-Tacke. Wow. Sehr schön. Neun Schaden. Weiter so. Weiter so. Du machst ruhig den Schattenheb. Wir schauen. Gut. 13 Schaden pro Runde. Das heißt, zwei Runde und der ist besiegt. Sehr schön. Die Arme kommen, glaube ich, jetzt zurück. Genau. Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wie viel Leben hat das jetzt... Ach, du heilige... ...verfekte Scheiße, ey. Oh, Alter. Das haut rein. Du wirst noch mal Feuerzauber. Das macht nicht genügend Schaden. Das ist ein Problem. Aber. Wir setzen jetzt eine Stern-Attacke ein. Superfit. Fit KP und BP auf. Heizvergiftung und ähnliches. Das brauchen wir. Drücke... Jo. Wird wahrscheinlich wie das normale Fit sein. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Weiter so. Nein. Da. Wo diese 6 Pots kommen. Ich bin damit zufrieden. Ich bin damit sehr zufrieden. Greift er zwar nur einmal an, aber... Ah, shit. Können ihn jetzt... Rein... Wir können ihn jetzt reinhauen. So. Schattenhieb auf... Die Tentake da. Drei Schaden. Weg damit. Weg der Dreck. Und... Du machst jetzt eine normale Stern-Attacke. Das müsste ausreichen. Nein. Tut's nicht stimmt. Oder nee? Warum stimmt? Eigentlich nicht. Hä? Egal. Jetzt reicht es auf jeden Fall aus. Gut. Sieg du. Eine ganze Menge Stern-Punkte. Level up. So gefällt es mir doch. Und an diesem Punkt geht es dann im nächsten Part weiter. Bis dahin. Und tschüss. vielleichtוס dzies. Ich weiß. Vielen Dank.